Da kommt einer raus. Ah, wahrscheinlich werden Zorro und Lyssop da drinnen festgehalten. Okay, komm Sanji. Nein, warte mal. Irgendwas stimmt da nicht. Als wir hier rüber sind, war keine Wache zu sehen. Ich glaube, die wollen, dass wir hier rein spazieren. Das bedeutet... Ja, der Festungsmann ist ein total netter Kerl. Nein, das ist eine Falle. Er will sich wahrscheinlich die Mühe sparen, uns überall zu suchen. Er will uns schnurstracks in seinen Knast locken. Na und wenn schon. Hör mal, wir müssen sowieso da rein und Zorro und Lyssop rausholen. Das ist die Chance. Hast du sie nicht mehr alle? Wir sollen ihnen direkt in die Arme laufen? Hm. Aber vielleicht ist das besser, als hier weiter rumzueiern und noch mehr Zeit zu verschwenden. Ich mach mir auch Sorgen um Nami und Robin. Sanji, heißt das, dass ich recht habe? Nein, wieso? Sanji? Nein!